oder morgen so folgendermaßen sieht das aus der akkustand ist niedrig kann ich gar nicht begreifen einfach nicht an so sieht mein stream jetzt aus katastrophal das trinkt noch nicht mal schwach ein zuschauer krieg ich die krise aber ich habe ein bild irgendwie vom laden irgendwie irgendein bild den kleinen mikrocomputer es ist total beschissen könnte kotzen könnte ja auch die zwangsjacke für die kamera und dann nicht los neue probleme haben sich aufgetan wie immer am montag morgen gibt das natürlich wieder probleme der gute mann der malern will der hat eigentlich abgesagt der hat eigentlich irgendwie abgesagt schlimm schafft es alles nicht da macht meine frau gibt es einfach an die frau weiter ist ja sowieso wie gesagt die will das machen der macht sie das schade nur das sind eigentlich schon bezahlt ist schlecht über alles noch mal drüber hin über alle nachschleifen dosen setzen malern fertig so und ich habe hier mit einer rohlaufnahme das habe ich da selten vorne so ein dynamo schlicht maschinenbau und hinten rohlauf rohlaufnahme eine schläuche platte sagte man dann weg sind jetzt ein bisschen was zu tun also haben sich was ereignet ich melde mich wieder bis dann tschau joo naja also was auch 400 euro haben die anbauteile trotzdem die anbauteile also der preis war ja ungefähr 1 ach 300 genau 300 genau das ist ja ein fleck ja wer will ja dafür kriegst du hier ein ganzes draht dafür kriegst du hier ein ganzes draht ja ich geh ähm ja naja ähm ja ja das ist halt ja 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 9 genau ja 100 euro genau ja ja genau ja 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 Ich weiß nicht, dass er das dann auch nicht übersieht, aber an und für mich hat ja der Verkäufer, ah, er weiß nicht, was er machen kann. Und er in der Umgebung sagt er, er hat ja immer ein bisschen die Zeit aufgemacht. Eigentlich, er will aber so, dass der Geschäftsführer heute, da ist das mit der Sprache ein bisschen was anderes. Aber wie gesagt, er macht vom Geflügel her, ah, der wohnt so gut, der ist so. Aber natürlich, stell doch die alte ab. Ach so, genau, du wolltest ja hier mit dem Paradigogramm ab. Also, ich finde das Fahrrad nicht schlecht. Wir haben mal sowas gefragt, was er dazu sagt, aber da er einen eigenen Fahrradladen hat, und da natürlich sagen, das ist Mumpitz. Ja, hab ich mir schon gesagt. Das freut er sich. Na, also, wenn wir mit der Anschaltung noch hinaus, äh, ich hab's ja, 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 ich hab's ja. Ja, wie gesagt, wenn du gesagt hast, wenn du komplett in die Ausführung hast, dann sagst du ja schon 6, 8, 8, 100, guckst du das an. Aber, ja, ja gut, nun ist die Frage, ob man den wirklich braucht, aber ich bin mit Fahrrad nicht schlecht, ja? Ja, also wichtig ist ja, dass du damit zufrieden wirst. Nö, naja, naja, nee, 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 nee. Also ich meine, XT ist ja hoffentlich, auch wenn es schlechter geworden ist als vor 10 Jahren, immer noch ein bisschen hochwertiger als, äh, ja, was weiß ich, Altos, oder? Ja, na, mit Sicherheit. Altos, was ist das denn? Ah, Cera! Genau, genau, ja. Also wenn man Fahrkomfort hat und das Fahrrad natürlich gut findet, dann ist das ja was ganz anderes, weil dann fährt man ja auch zur Beziehung zu dem Fahrrad. Ja. Ja, nein, das war wirklich gut, also nicht ganz gut, weil ich ja andere Ansprüche an den Fahrrad habe und da sind wir ja komplett unterschiedlich. Aber genau, und da bin ich jetzt schon nicht hier, also wenn ich das hier beruf, werde ich hier ausstehen. Naja. Ja. Ja. Hallo? Mert, mert, mert. Ja. Guck, der Fahrrad ist eigentlich sicher. Siehst du, ich hab so ja noch, äh, die, äh, die Sattel bekommen, äh, umsonst. Ja. Naja, der ist doch gut. Ja, war ne 1900 gelacht, oder was? Okay, Niel, schön rad. Naja. XT, ist nicht besonders. Naja. Scheiße. Naja, dann ist doch gut, dann, äh, also wie gesagt, es gibt's, äh, nicht schlechten Fahrrad. Naja. Ja, 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 vielleicht kann ich jetzt noch nicht so abkommen. Ja, das kann man ja nur mitmachen. Ja, ja, ein paar Milliarden Euro und dann das kleine Unternehmen damit unterstützen, um das Handwerk zu erhalten und vor allen Dingen auch zu behalten. So sieht's aus, dann kosten die Räder in Zukunft 5.000 Euro. Scheiße, jahle. Ja, aber dafür stimmt die Qualität. Ja, dann ist doch egal. Genau, die bleibt in Deutschland. Genau, dann ist es wieder ein Name. Was? Made in Germany. Naja, dann kostet es halt ein bisschen mehr, aber dann kommt es wieder aus Deutschland und das ist natürlich ein Name dann wieder. Das ist ja auch am Kritikant, denke ich. Und wenn jemand fragt, kann ich am Preis noch was machen, krieg ich da gleich in Erinnerung. Und dann soll er nach China gehen. Ja, sonst ist es doch. Natürlich, natürlich, so eine Frage. Nein, du musst darum, wie man hat, man machen kann. Das sind meine Dinge, alles ein paar Milliarden Euro. Das ist ja noch in der richtigen Branche. Computer, woanders kannst du Milliarden generieren. Schnell, schnell. Machen wir mal runter für die Augen. Guck der Kinder zu. Nur halb. Genau. Darüber habe ich mich jetzt noch mit Thomas unterhalten und wie gesagt, wenn man ein paar Milliarden Euro hat, dann kann man da, wie gesagt, wie eine Handwerker oder Handwerker natürlich nicht unterstützen. Und das sind natürlich so viele Leute. Und vor allem, dass ich ein bisschen nachhalten bleibe, weil in 10, 15 Jahren haben wir alle nur noch linke Hände und ja, alle nur noch mit Spax und mit Klebeband gemacht. Kappa. Kappa für alle. Furchtbar. Ja, deswegen wollte ich gerne. Deswegen, ja, äh. Nee, das hast du dir über 50 Jahre, ja, das hast du dir über 50 Jahre, 50 Jahre aufgebaut. Und, ja, 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 aber... Und... Ja, ja, aber... Ja, 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 vor allen Dingen... Ja, vor allen Dingen, du müsstest ja auch Menschen leben, die dazu bereit sind, äh, den Puff zu nehmen und, äh, sich damit zu beschäftigen. Und nicht nur halbherzig, sondern... Mit Herzblut! Mit Herzblut! Ja, das ist ja auch... Ja, das ist ja auch. Ja, das ist ja auch... Was ist denn das für ein Scheiß? Na ja, da kommt ja das Gehühen her, da kommt ja das Gehühen her, na auf den Bauch, das hat sich aber ausentwickelt. Ja, das ist ja eine Fahrt, also riesig, aber wie vorher kann man es halt noch nachnehmen. Und wenn man mal drüber nachdenkt, das ist ja eigentlich relativ flüssig. Der schwammige Scheiß, nein, ey. Ja, das ist ja nicht schlimm. Was? Na ja, das User kann ich dir versprechen. User, für eine lange Zeit kommt das nicht mehr vor. Das kann ich dir versprechen. Ja, das kann ich dir nicht versprechen. Das ist ja nicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, was tue ich los? Aber na, natürlich. Wie gesagt, aber für eine lange Zeit kommt das erstmal nicht vor. Das kann ich dir versprechen. Aber wie gesagt, für immer, das ist eh nicht, das ist eine Lüge und das ist eine Lüge. Alles klar? Ja, dann, mein Bester. Wir gucken uns heute Abend nochmal. Schöne Grüße. Schöne Grüße. Aus dem Kellerloch. Schöne Grüße aus dem Kellerloch. Alles klar, Herr Bester, bis später, ja? Tschüss. Viele Grüße zurück. Ja. Er war entzückt und schickt viele Grüße zurück. Also bleibt sicher, nur fast. Gibt mir vielleicht für die Kommentare zwischendurch, aber machen wir zum anderen Land. Aber macht ja nichts. Ein Amüsement ganz besonderer Natur. Der hier ist wie mal lagt. Nee. Nicht kommen. Mann, Alter. Zwei Kutzen, ein Kutzen, Akku hat der PC gedauert. Wir fahren auf. Wir telefonieren. Das ist ja unglaublich. Kette richten. Na, Stopp, warte. Na ja. Das ist nicht weh. Ach. Drei Kille gibt es bei. Bei Stadler. Entschuldigung. Gibt es die mit einem längeren Arm jetzt, du Fahrradständer? Nee, das ist der teere. Ach so. Das ist der instabilere. Den wir jetzt hier hast? Nee. Das ist der bessere. Ach so. Der mit dem längeren Arm? Der ist der instabilere. Ach so. Ja. Habe ich auch gesehen. Na gut, aber dann hast du das Problem, kommst du hier nirgends um, wenn du, ich bin da vorne so. Ja, und der hält ja auch nie so, Leute. Na, hier musstest du den zweiten anbauen, damit der besser hält. Ja, klar, ich kann so hoch oder frisch jeden Tag arbeiten, dann kann niemand ecken, die am Montageständer macht. Das ist nicht da mal durchschrauben und so ne Scheiße. Ja. Ja, fertig. Also, mehr oder weniger. Das ist doch eine jute alte RSP-Arbeit vorne, oder? Ja, sieht so aus. Jute, alt und RSP, das passt nicht zusammen. Ah, alt. Naja, aus dem 90er alt. Fünf Jahre sind halt alt, ja, aber nicht, dass aus dem 90er ist. Aber die sind ja gestimmte, die Garten. Steht ja meistens sind da meistens. Also fünf Jahre ist das alte RCK vor fünf Jahren in Moskau. Also, das ist eine Centur wahrscheinlich. Moskwa! Moskwa! Ah, ah! Mach's klick schon aus Moskwa! Das geht schon, ja. Das hier ist eine interessante Geometrie, hä? Äh, wenn da vorne keine Federgabel dran wäre, könntest du da kaum treten, weil der Rahmen so tief liegt. Ja, dann trittst du noch am Boden. Ja. Ja, ja, Moskau. Äh, ja. Das war irgendwas vier Kantiv, sechs Kantiv. In Moskau, in Moskau. In Moskau. Ja, na, 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 na. Halt die Gläser an die Lande. Moskau ist ein schönes Land. Ja. Hey, Moskau. Na, 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 na. Na, 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 na. Ja, na, 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 na... Oh, na. Tja, hat sie gesagt, irgendwann werden wir richtig gute Freunde noch? Meinte sie. Ich sag, ha, ha, mein, jetzt hab ich schon ihre Telefonnummer. du willst ein Auto? ja willst du ein Auto? willst du ein Auto? ja ok, wie lange? wahrscheinlich eine Woche wahrscheinlich eine Woche ok das um diese Jahreszeit das um diese Jahreszeit dafür sind wir auch bereit just a minute no worries eine Minute ein Rad was haben wir denn heute überhaupt? 24? 25? 25.09 eine Woche 40 Ocken who is fucking renting this? weil es denen eigentlich scheißegal ist was für eine Wohnung die neben von wem die ist und so das sind Touristen oder was? ja das sind Touristen ja das sind Touristen und dann sind sie natürlich die Könige der Welt ja in der Welt zu Hause quasi ohne Respekt aber was tue ich alles nicht alles fehlt ja ja ganz doll ganz doll nicht nur Sicherungsnetz mischt mit der Himmel oh was ist hier? die Hand? was lieben? Licht 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 mit Beichen oder was? Spook Light Spook Light und funktioniert das noch? hm warum ist das nicht eingebaut? das brauchst du grad nicht ich hab keine Ahnung wenn das nicht gewesen doch Moni ja das fällt ja wahrscheinlich raus ach weil es aus Russland kommt er kommt aus China ist aber ein kürzerer Weg von China nach Russland als von China nach hier aber letztendlich wenn man es dann von China nach Russland bringt und von Russland nach Deutschland dann ist natürlich der Weg der gleiche ne umwegen weil du musst erst mal landen dann ist das auch bestimmt ein Kilometer mehr ja auf die Uhr machte mich das traurig mit meinem Steuersatz mach der Trauer traurig mit meinem Putz ab der Putz ab der Putz ab der Putz ab der Putz ab du setzt da jetzt einen Baum würd ich sagen sofort mein Gäste her mach ich ohne mit der Wimper zu tun was machst du? also der Baum noch ohne dass die Wimper zu tun was sollst du das nicht machen Dennis verstehst du doch mal irgendwas falsch ich hab gesagt wenn es ein Baum wäre darf ich darf ich mal ein bisschen Lust haben ja mach mal nimm's wohl oder was Kollege sagt nein der mit dem Haarnetz ich hab ihn gefunden also ihn also nicht in der Farbe aber das war auch irgendwo ein Japan der war ja auch mal Spaß wahrscheinlich der Japan der da also und die ganze zeit scheinbar nicht ausgestellt wird leicht man aus so hier also ein kompletter also da ist ja nichts verwerbliche grad ist ja erlaubt angeteilt aber trotzdem gucken sie mit ihm als neustadt das funktioniert wunderbar steckende spannend ist ja nicht mehr also die musik mal anrufen das fertig ist wenn du mal dazu kommt der maler muss doch nicht muss doch mal auch so ein schwerer künstler ein schwerer löter ein bären löter so so Zubehörig schnelle Montage Pauschal 20 Euro Zubehörig schnelle Montage Pauschal 20 Euro Zubehörig schnelle Montage Pauschal 20 Euro Mit dem Weltraum Transfunktionator Ich habe keine Ahnung, das ist ja auch schon aus den 90er Jahren der Film Seine große Kraft wirkt nur über seine Rätselhaftigkeit? Ja, das war echt, also als ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, ey, das halte ich nicht aus Ich habe ihn nur eh mal gesehen, ich weiß es nicht mehr Das ist so lange her, das war 90er Jahre oder wann, das war doch 90er Jahre der Film, wa? Ein bisschen später, wa? War der nicht, da müssen wir gleich gucken, nee, gucken wir nicht nach, das ist kratsch Ein bisschen später Waaat? War ich schon in 2000er, sowas modernet? Neee Na wenn dann genauso um 2000er Na ja, 99, 98, 99 Gar keinen Fall Ach, na so vorgesehen Na nee, weil da spielt ein komischer Typ mit hier, der auch mal bei American Pie mitgespielt hat Echten Kutscher Nee, na der spielt da auch mit, nee, der andere hier, der Schnüffler, oder wie er heißt, das weiß ich hier Diese andere Kackbratze Echten Kutscher, sondern der andere Echten Schnüffler Echten Schnüffler Nee, weiß ich nicht, wer denn, wie heißt der denn, ich kenne die ja alle nicht mehr Ich weiß nicht, ja Echten Kutscher Nee, den meine ich ja nicht Echten Kutscher Ja, ein echter Kutscher Ein echter Kutscher Ja Also gut, dann später nochmal, ich hab danach Seid ihr mit dem Emoi-Vögeln auch? Den Watt Find mir nur so ein Mit dem Emoi Mit Emoi-Demi-Mur, hat der nicht mit dem Emoi-Mur? Ja stimmt, da war mal was Die war mal ein Pärchen Ja Ja, das ist auch schon eine Weile Der müsste auch da gewesen sein In dem Film, wahrscheinlich Hat die wohl gut gespielt? Emoi-Demi-Mur ist ja schon ganz schön alt, aber immer noch gern schön, äh, sexy Aber wer jetzt hat, kann man wohlf, dass man Körperteile auswechseln Körperwelt, nee, zu Van Hagen, der plastiniert dich denn ein Okay, dann läufst du rum wie bei, wie heißt das mit den Hexen? Wie heißt das denn? Teuflischen Was ist das jetzt? Ja, mit Glas Achso, ja Kannst du alles abbrennen, scheiße, ja, hier wird alles schieben Der Tag ist im Marsch, ja Der Tag ist richtig im Marsch Der Tag ist richtig im Marsch Der Tag hat mal begonnen Und wir geben dir mal noch eine Chance Und geben wir ihm eine Chance Vorbei! Na gut, dann guck ich mir jetzt mal ins Auto Ja, guck mal ins Auto, warte mal, wo ist denn mein Auto? Ja, Eichmann, wo ist mein Auto? Genau, deswegen sind wir laufe Eichmann, wo ist mein Auto? Dann steht man hier, fast eine halbe Stunde dämlich und bis Jahr nicht mehr was man machen wollte Wo ist denn mein Auto? Schlüssel, das ist viel wichtiger Wo ist denn mein Schlüssel für oben? Das ist noch viel wichtiger So, ich zeig dir mein Schlüssel für oben Erstmal halt mein Schlüssel für oben Schlüssel für oben Ja Aber sicher, wenn nicht, mir oder nicht? So hutsam Fahr mit der Berg und Talibahn Lustig mäht das das Horn Felder und Wiesen und Auen So, wie mach ich das jetzt? Jetzt habe ich den, der zeigt den Punkt total verunsichert Da wollte ich direkt kloppen Der hat das richtig gut eigentlich Geil Nein, das ist gar nicht mehr und pumpen So, ne Der ist Ratten so hoch, die Pumpe ist so hoch Der Ratten ist so hoch, der Pumpe ist so hoch Der Pumpe ist so hoch, der Pumpe ist so hoch Der Pumpe ist so hoch, der Pumpe ist so hoch Der Pumpe ist so hoch, der Pumpe ist so hoch Der Pumpe ist so hoch, der Pumpe ist so hoch Aber die Pumpe ist so hoch Der Pumpe ist so hoch, der Pumpe ist so hoch Dann können wir gleich mal lange lassen Ich kann mich nicht, dann müsste ich auch laufen Und dann locker schauen Naja Locker Locker auf den Hockerschrauben Locker auf den Hocker homemade invention ich habe mir ein flex stand gemacht mit schrauben fixiert kann die abhauen ein friedsbruder mein freund einzig aus der erste kann es erst mal so und dann hast du den Schlecker von der anderen Seite den Favoriten? Oh, keine Favorites! Ja, also, die Stücke oder die Stücke? Naja, also, wenn ich die Stücke... Du nimmst doch erst mal komplett aus. Das fällt ja dann hier weg. Ach so, dann hab ich über den Stücke hier. Mit der Kugel, mit der Kailo oder der Stücke. Ah, hier oben, mit der Kugel, das macht das jetzt auch mal so. So, so. Erstmal trennst du an einer Stelle komplett. Jetzt trenne ich erst mal mir den Finger nicht ab, hoffentlich. Das muss passen nicht, die Lippe. Die Lippe. Ah, ich mach mir mit Sicherheit einen Vorschuss. Hoi, und geht hier weiter raus. Das ist doch nicht so fahr. Das ist doch nicht so fahr. Danke. Teilweise noch etwas gratig. Das ist doch nicht so fahr. Das ist doch, das ist doch. Das ist doch nicht so fahr. Ne, mach mal. und so wohin kommt und gut mir kommt es nicht alles wenn man jetzt Arbeitsschutz ist immer gut wenn du damit in der Kette kommst das ist ja ein Endlosfahren das zieht den Kopf zusammen das geht ja um die Hygiene, damit keine Haare in den Antrieb fallen das ist ja ein geschlossener Mechanismus den guten Kettenserrat so wir haben es getan das wird scheiße um Gottes Willen was ist da passiert voll infiziert jetzt gibt es ein Rohr Rohrpost Rohrpost roh 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 schützt schützt Du bist da! Du bist da! Du bist da! Du kannst ja noch etwas wissen, ne? Du bist da! Warte! festhalten nicht dass einer sagt das entspricht nicht der dien da knie schwarz bla 45 grad 50 nach norm 1 so muss er also drin bleiben und ausblühen ja 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 und dann jetzt wieder runter und zu schnell kann es gehen die ecke zu ballern das ist schief ja 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 Was ist das? abnahme machen nicht bei auto bestellen finde ich gut habe ich nicht bei auto bestellt tatsächlich aber kam über auto hagebau ist anscheinend danke für ihre bestellung die vielleicht arbeiten die lube ich habe die noch mal an dem fahrrad ist wunderbar in ordnung licht gut sind jetzt vielleicht muss ich mal neue bremsen der neue brennen aufmachen lassen sie werden eigentlich heute sind nur die kette weil ich hab kein zentrum deswegen die heute nur die kette die kamen gibt es nach innen oder ist nur außen kommt durch jetzt reiz am klinik das kann gut sein angenehm das kann aber auch Schleift nicht, schaltet, Kette hängt nicht. Kette hängt nicht, Kette ist gut, alles schön. Warte mal, ich mach mal aufgang. 2, 3, 4. Und? Wie sieht's aus? Wirklich. Na guck doch. Was soll denn kicken? Na ob die übereinstimmt. Was soll denn da übereinstimmen? Na ist doch nicht wahr! Ich brauch doch noch ein bisschen Übereinstimmungskunde an der Kette. Auf die Scheidung gut eingestellt ist. Na warum kann man denn da kennen? Da unten? Ach doch, komm. Da findet sich zwei Markiere. Ja, diese Waffe da, ja oder? Ah, da, 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 da. Ah, da war eigentlich schon in diesem Gang. Ja, alles klar, alles ein bisschen in die Meter könnte noch... Aber wir sind jetzt. Jetzt ist es noch unten. Siehst du, deswegen ist es okay eigentlich. Ah, da kann man von oben schalten, dann ist es mit Millimeterzweiter da und von hinten ist es mit Millimeterzweiter da und von hinten ist es mit einem Millimeterzweiter da. Ah, nee, jetzt ist es genau, aber ich weiß nicht, weil hier so spielt es ein bisschen, wenn ich habe. Also es ist nicht A, wenn auch ich hier. Also bei der Shimano Nexus gibt man, da muss man sich großartig rumtreten, sondern da kann man einfach gucken, ob das da unten übereinstimmt. Das Problem ist natürlich... Ja, der Zug, der Zug, der Zug eigentlich ist abgebachet. Ach, ja. Hast du, hast du dich, hast du dich, hast du dich, äh... Ja, wofür, du willst es denn auch irgendwie sagen? Ja, ich war eigentlich hier. Ach nicht. das ist das ist das ist das ist das ist am hahn kann man nicht fest oder ich hab's schon und fest also wenn ich nur feste schroger jetzt kacke am brad die sind doch die Gieblingsräder Glücksräder mit Absicht so gelachen werden so das hat vorher besser gepasst weil wir bei dir ne vorher war er weiter hin manchmal schon mit dir ist ja ich hab ja von dir gelernt wenn wir zu locker und zucoins du hast auch gepumpt Leber der Schlauch zu kurz war, ich kam da mit dem jelben Pump-Dienst nicht ran, wo ist der Pump-Wagen hin? Da ist noch die Pumpel hoch. Ah, die! Schon die Hundertdache, ne? Ach, Ständer-Dach! Genau, hier war er noch. Der hat doch noch nie gepasst, halt noch zu dieser. Der Ständer hat auch noch nie zu dir gepasst. Dann hat sie gemeint, haha, nee! Aber also doch nicht. Was denn passt denn an der Klammich? Wenn er so kleine Basse in jedem Loch. Ja, aber dafür hab ich damals im Kosovo meine Hand verloren. Jetzt sag ich hier ein Stumpf, mach mal auf. Hahaha! Der geht bis zur Schulter hin. Ist ja unglaublich. Dann kann ich dir die Mandeln massieren. Bäh! Das kommt ja wahr, dass Feuchtbier sind. Ne? Ja. 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 Hallo Maris! Ist der noch nicht hier? Ich bin in die Wohnung rein. Ja, und mit das? Ja, es ist in die Wohnung rein. Ja. Ja. Ja, es ist in die Wohnung rein. Ich habe anschlüsse. Ich habe das anschlüsse. Was war das denn schon? Was ist denn damals in Flurgegeben und dann? Oder hast du Kratzen gegeben oder irgendwas? Was weiß ich, war nicht mehr, wo der geblieben ist. Ja, ohne Nachfrage. Wahrscheinlich ist es gut. Ich fühle ja Zustände wieder einreifend. Das ist ein Haarnetz. Das ist ein Hygieneregien. Der kocht doch manchmal. Vor Wut oder auch Essen. Ja, das geht nicht. Das ist ein Ständer, das geht nicht ab. Der ist sechs. Willst du mir kurz zeigen, oben, was ich machen soll? Ja, soll, nee, eigentlich sollst du ja nicht machen. Eigentlich sollst du das alles der Flo machen. Aber man soll, das ist ja auch so ein Wort. Das soll uns haben, ne? Also da ist ja auch ein Unterschied. Er hat gesagt, er soll gar nicht mehr in die Wohnung rein. Ich möchte ihn da gar nicht mehr sehen. Hast du ihm gesagt? Nein, möchte, sage ich dir. Er muss ja nicht da. Ich leite es weiter, ja. Ich sage, Marlies hat dem Thomas gesagt, er, sie, möchte den Flo nicht mehr sehen. In der Wohnung. In der Wohnung, ja. Den auch nicht mehr. Ja, ich muss ja erst mal, wäre schön, wenn man nicht persönlich mal das hat. Und sagt, man sein Problem ist das. Halte ich mir immer noch offen, ne? Aber wer weiß, was über Carsten hier ankommt, deswegen, ja, ach, sie sind es auch noch. Ja, aber ist ja nicht da, ne? Ist ja immer noch eine Variable. Er hat gesagt, heute kommt erst um 1,2. Soll ich mich hier abflexen? Vielleicht mal mit einer Nuss probieren. Ja, genau. Eine Nuss, okay. Eine Badnuss, oder? Ja, da unten ist der Kasten, ne? Probier es mal damit. Und probier es mal mit einer Nuss. Oh, wenn es dann nicht hier lernen möchte. Ich hab zu. Ich komme, Marlies. Ich bin nach. Problem. Nein, bitte alles raus. Das darf doch nicht wahr sein. Du dummes Bullenschwein. Ui, 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 das wird aber schwierig. Ficken, packt. Direkt da rein. Lan, 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 lan. Ja, ich habe es mal bei dir nicht. Wann geht's gar nicht. Ui, das wird ja jetzt powiedzijig meinen Ideen. Ah. 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 Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wow, das ist so schön. Schlimm, schlimm sieht es da aus. Schlimm? Ja. Alles offen, alles offen gelassen. Ja, warte mal noch so ein bisschen. Über Farbeimer, trock mir doch ein. Echt? Farbeimer, aber wo war denn? Alles offen. Und dann auch noch die Rollen gelassen. Nein! Ja, stelle ich mal her. Nee, das bin ich. Also, so weit ist nicht gut. Das ist ja ja nicht gut. Das ist ja nicht gut. Das ist ja nicht gut. Das ist ja nicht gut. Nur eine Sheikart. Immer dormir. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und viele wissen das vielleicht ja nicht Aber das war nicht nur die Wehrmacht, die das gebraucht hat Nicht missbraucht, gebraucht Sondern auch die NVA hatte das Ja Und... Ich bin malade, malade. Ich bin malade. Ich bin malade, malade. Ein Schaltauge, ein abgebrochenes Schaltauge, oh yeah, abgebrochen. Es ist hinüber, hinüber. Ich bin malade, ich bin malade. 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 Ich halte Auge. Was? Ich halte Auge. Ja, bitte nicht in den Schenkpapier. Dann musst du nachher nochmal wieder kommen. Ja, komm nachher nochmal wieder. natürlich wenn ich dann bastel ich selber geschenkt papier wieso denn wieso denn wieso denn wieso denn wieso denn wieso denn jetzt richtig oder was mit was zu essen mit was zu essen 100.000 stück oder was ich bin wie wir es auf der kasse Ach, haben Sie dich unter Drogen gesetzt? Dann gehen wir mal raus. Dann muss ich jetzt nicht immer auf eine Schwelle hängen und schnüppeln! kannst du mir mal ein paar kabelbinder geben ach so ich hab hier alten ständer gefunden ist deswegen jetzt angebaut aber der büte von der länge nicht passen doch die buch der lasse ich ihn dran brauchst kabelbinder also acht stück oder so machten euro recht so 467 einer viert noch ein bisschen arbeitsschutz das vorschrift ja natürlich Ich bin heute wieder draußen. Ja, wenn sie aber auch beruhig sind. Ich hab das ja gerade am Lange mitgekriegt, dass sie wieder rein kommen. Ich komm da, ich muss mit mir mal was besprechen. Mit mir was besprechen? Ja, ich muss mit mir mal was besprechen. Ich bin heute Morgen. Rumpelstil Und Bildstumpehl Stiehl Stumpehl Stiehl Und Bildstiehl Jetzt hängt man die Funde in der Augen Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich nehme etwas fisch ist aber auch wenig dann kann man das machen musste blechen schreibe einfach deine telefonen auf den namen ich kann dir jetzt nicht sagen ich mache es so schnell wie möglich damit alle teile dran kriege und der ständer rioli ja da kommst du ja echt nicht ran bis ich noch nicht ich schaue mir jetzt an ja dann gucke ich was mit der schaltung ist dann kann ich erst die schaltung einstellen auf den neuen antrieb sozusagen ja also von den dingen kann es auf jeden fall schon ausgehen wenn es das runterkommt dann muss die stoffen ist kaputt keine ahnung ja ja das kann man ja einstellen eigentlich wenn das schaltwerk selber etwas schützt wird ja noch teurer das geht ja nur um schaltzüge geht man ja meist davon aus dass die schaltzüge nicht mehr funktionieren ja so hoch geht es wie die einstelle schrauber macht und so tief geht es wie die einstelle schrauber eingestellt ist dann kann man auch bewegen hier erst hier ist es nicht schlecht das ist zwar ein bisschen locker weil es wird da schon heute passiert ist aber ansonsten kostet ja ich mache dann ist am ende kommt ja alle drauf natürlich wenn es gemacht werden muss müsste gemacht werden aber wenn es nicht gemacht werden muss und stx noch lange nicht also ich gehöre die ohr schaltwerk hat ungefähr die qualität der wehre kostet jetzt 55 euro das ist ja dann bist du am ende ungefähr bei 4500 und dann warte dann hast du zwar dein altes Rad wieder an oben und dann alles schön aber das ist ja ich konnte mir das mal damit ja 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 wir stehen immer auf die leiterschen ja 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 das ist ja eigentlich ja 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 ich kann ja 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 ich kann ja was ist die Ö ja Wegen der Acht und der Transportation. Bei den Dingen sind eben hier 63 Euro plus Einbau. Dann ist er bei 80. Schade, schade. Du musst dir Scheiße ansehen, du hast diesen Kapgrab. Du musst mehr um sie zu halten. Und jetzt. Du mit die Lava. Vor 15 Jahren gebraucht. Ja, der war vor 15 Jahren schon scheiße mit anderen Worten. Nee, das ist ja eigentlich, wie gesagt, eine gute Serie gewesen. Ja. Ist auch nur an den Stellen hier. Weg! Los, gerne mal. Ist jetzt auch schon vorbei. Ja. Müsste wohl ja 96 auch sein. Ja, lassen. Okay. Wie gesagt, ich wende mich bei dir. Ich gehe jetzt alle Fälle davon aus, dass die Züge zu tauschen sind. Wieder mal. Weil das wieder mal, also das ist eben, alle paar Jahre ist das fällig. Ja. 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 Schaltet ja noch irgendwie. Schaltet noch irgendwie. Schaltet noch irgendwie. Ja, guck mal. Krass. Ja, ruf mich an wenns. Ja. 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 Ich hab gelernt an der Schule. Ja. 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 Ciao, ciao. Ich hab schon dranet. Hallo, Ing, ein Fahrrad drehen, Thomas. Du willst drinnen? Wie bitte? Du willst drinnen? Was? Mir dort drehen. Was? Was habt's denn? Oh, du brauchst drei, ich stehe, weil ich mir auch deine Kultur informiert Ali. Das ist aber auch scheiße. Das kennt man die Produktion nicht. Wir kommen soo, also die Industrie ist auch mittel. Ich denke es ist plus. Du bist nicht? Ja. Okay, so we have the tire. The tire is 39, and plus 16. Okay. Okay. 55. 55. Okay. Okay. Yep. Pick it up later. Later. Yes? Städter. Städter. Bitteschön. So now, si want, si want, si want, si want a front. Si want a front. Sit wir ab, si spala? Pass auf, Thorsten. Ja, ja, ja. Quatsch. Nee, nee. So, vielleicht so funktioniert es ja. So funktioniert es ja. Nee, ist ja katscht. Kommt neu. Ist ja schon verkauft. Achso. Ist doch schon erledigt. Ja, aber das kann er irgendwie. Ja, kann er ja machen. Er kann sich den Trab rausbauen. Geh damit raus. Kannst du probieren. Nein, du kannst probieren. Kannst du raus? Ja, ja. Mit dem Ständer rein? Kannst du probieren. Nein, du kannst probieren. Kannst du raus? Ja, ja. Mit dem Ständer rein? Kannst du probieren. Ist doch aus. Es muss doch raus. Es muss doch raus. Es muss doch sowieso raus. Es muss doch ruhig. Ist jetzt Belastungstest für Thomas. mein kind muss ich doch muss mich auch mein kind jetzt kümmern wir sind doch wirklich unten noch mehr kinder kinderklub mit michael und jetzt ich nehme schraubenschlüsse witzig war ich könnte auch starke aber hier Warte mal. Dann kommt Freude hoch. Oh wei, oh wei, oh wei, alles kaputt. Ja. Matsushi. Find him. Zzz. Zzz. Yer, ee. Stop. Stop. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020